Meine Freunde sind homosexuell Meine Freunde sind alle kriminell Sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig in dem Bund Ich mach ihnen auch nur Spaß Dürfen die das? Dürfen die das? Ist das nicht irgendwie verboten? Ist es tatsächlich erlaubt? Kann ich das bitte schreiflich haben Weil mir nachher keiner glaubt? Dürfen die das? Meine Freunde stehen auf dem Sonntag Meine Freunde sind nicht gerett verklemmt Sie bleiben tagelang zu Hause Schlechen sich gegenseitig aus Und sie schneiden sich mit Glas Dürfen die das? Dürfen die das? Ist das nicht irgendwie verboten? Ist es tatsächlich legal? Es geht mit eigentlich nichts an Aber ich büste gerne mal Dürfen die das? Dürfen die das? Dürfen die das? Ja? Dürfen die das? Dürfen die das? Ist das nicht irgendwie verboten, wer mich dafür nicht betroffen Was ist es bloß für jeden Fall, in der man solche Sachen darf Dürfen die das?